Geisterbasis. Die Herausforderung ist einzigartig. Die tödliche Geisterbasis ist ein wahrer Kandidatsfriedhof. Bleibst du lang genug am Leben, um ihr zu entkommen? Nö, tun wir nicht. Kann man aber nein sagen und zurück nach Veldin oder so? Hey, wir haben hier ein Schiff. Wir fahren einfach nach Veldin, so dass es außer Reichweite ist. Du kannst es nicht hacken. Meine Freunde, dies ist ein schwarzer Tag für Dreadzone-Fans in der ganzen Galaxie. Ace Heartlight, Exterminator-Champion und beliebter Wohltäter, wurde brutal umgelegt vom verrückten Kandidaten Ratchet. Man nennt ihn auch Schlechter von Bogon. Die Fans reagierten bestürzt und erzürnt auf die Niederlage von Ace. Buh, wir hassen Ratchet. Er hat geschummelt. Ratchet ist ein Krimineller. Er muss gestraft werden. Unter dem Druck der Öffentlichkeit nahm sich Gleamon Vox unverzüglich dieser Sache an. Fans von Dreadzone, ich trauere mit Ihnen um den großen Ace Heartlight. Und auch Sie sollten Ihrer Trauer Ausdruck verleihen, indem Sie hier und heute diese limitierte Ace Heartlight-Gedenkfigur für nur 299 Boats erwerben. Das POX-Nachrichten-Team konnte ermitteln, dass sich Ratchet einiger verbotener, leistungssteigernder Drogen bedient hat. In Übereinstimmung mit Dreadzone-Regel C6-5-9 Absatz 2 wurde Ratchet dazu verurteilt, den Spießrutenlauf des Schicksals durchzustehen. Das Ganze geschehen sehen Sie morgen Abend in einer Sonderausgabe von Dreadzone. Ratchet und Crank, auch bekannt als das Darkstar-Team, haben neun Planeten erhobert, hunderte von Kamp-Arennen überlebt, und sogar den Dreadzone-Großmeister Ace Heartlight besiegt. Wer hätte das gedacht? Jetzt hat Green on Box das Darkstar-Team mit einem drastischen und einem regelrecht rachsüchtigen Zug in die Geisterbasis geschickt. Der Kurs ist unschlagbar, unerträglich und denkbar, und ich bekomme schon ein Herzinfarkt. Ich stelle dir vor, es gäbe Stamina in Ratchet & Clank, man kann nur ne Weile rennen oder nur ne Weile schießen, weil er danach müde ist. Nein, ich stelle es mir nicht vor. Warum nicht? Was Aua einen darüber macht. Aua. Den habe ich gerade nicht gesehen. Eins, zwei und drei. Sorry, drei ungelevelten. Oh, hallo. Spooky Boy. Come on, Spooky Boy. Jetzt sind wir, hier ist Geisterbasis. Hier gibt es nur Geister. Wie viel Damage hat er gerade gemacht? Schau mal Leben, schau mal Leben. Wie viel Damage hat er gerade gemacht? Der hat mir 40. Oh, ja, sorry. Yeah. Wo war die davor? Ich habe es nicht gesehen. Wo ist da? Ich lasse dich voraus. Jetzt, 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 jetzt. Diese beiden Munition verbauten. Edgy Doppelraptoren. Was gibt es hier für Stilpunkte? Wir haben schon einen. Was? Kampfwurz? Deine Kampfwurz müssen in einer beliebigen Herausforderung 10 Gegner töten. Gut gemacht, Kampfwurz. Töte drei Geisterhänker mit dem Jägerminenwerfer. Kann ich machen. Töte zehn DZ-Geisterstürmer mit der Säuremodifika. Zerstöre zehn Transport. Ja, okay, das geht. Töte innerhalb von 60 Sekunden 15 Gegner mit fünf verschiedene Modifikationen. Holy fuck! Ja, das kannst du machen. Ohne Schaden zu nehmen. Oh, dann haben wir noch einen. Ohne Erste-Hilfe-Kästchen, das können wir machen. Was haben wir da unten geschafft? Lass mal Geld sehen. Zerstöre fünf Bolt-Küsten. What? Alter, das ist heftig. Es gibt Bolt-Küsten? Ja, die normalen Kisten. Oh, die gibt's hier nicht. Oh. Shit. Pfff. What? Okay. Egal. Äh, sie wollten... Ups. Genau wie geplant. Ah, der kommt nicht mehr. Okay, ich muss mit Jäger, Minen, Zeugsel. Wie, Ressie. Was zur Hölle? Äh, ja, die machen Damage. Komm, ohne Damage zu kriegen, ist es aber... ...easy, easy. Warum hast du schon wieder Raketen gehört? Keine Ahnung, es war epic. Epic Victory Royale. Okay, das war's. Oh. Wie viel Damage? Bitte, Töte, 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 Töte. Der lebt immer noch nach drei. Vier! No, thank you. No. No, cool, no. Warte. Warte. Okay. Wir müssen uns sicher gehen. Okay, weiter geht's. Ah, der ist weggelenkt davor. Der ist da gerade. Okay. Weiter geht's. Äh, okay. Ich hab' nicht hingeguckt. Ah! Ich bin... Oh. Wieso bist du unten? Ich bin nicht aufgekommen. Wie schaffst du das, mal vorbeizulaufen von... Skill, mein Herr, Skill. Das war knapp wieder. Nein, ich weiß nicht, dass die Lüge vom System verbreitet. Nein, stopp! Ah, die Rettung! Ah, die Rettung! Ah, die Rettung! Ah, die Rettung! Nein, das war ja. Ah, die Rettung! Oh, die Rettung! Ja, die Rettung! Der Rettung! Ja! Die Rettung! Die Rettung! Ja! Die Rettung! Die Rettung! Das war einer! Noch 19, ne? Wir werden mich als C-Funk-Sechern machen. Ich werde dich nämlich umbringen vorher. Passt. Deal. Nicht sterben, Demian. Danke. Vorrat ich dich umbringen. Nee, ich schreie jetzt nicht rum. Das ist so geil, dass direkt ein Echo. Das ist das nächste Ding, ja. Was kaputt, was kaputt, was kaputt. Super gemacht, Demian, was nicht kaputt gemacht. Danke, jetzt bekommen wir wegen dir ein Sieb. Erst auf oben oder schießt er von uns. Das war's. Wie sie es ist dann? Das haben wir ja gar nicht gebraucht. Wie schaffst du das? Wie schaffst du das? Das ist ganz kurz wie runtergebagge. Ich kann einfach nicht gründen. Gründen. Was, nicht fünf Gegner töten? Einfach mit der scheiß Waffe. Warum zur Hölle? Braucht das so lange? Er hätte ich keine fünf Gegner getötet. Säure Modifikation. Transport. Ah, zehn waren's. Äh. Okay, dann nee. Du hast eine schlechte Angewohnheit mich da und raus zu schicken aus dem Menü. Sorry. Weiß nicht, ob's dir aufgefallen ist. Oh, sorry. Ich... Ich werd mal zu... ...menübe ändern gehen. Ich kann die Nähe halten. Gau, Samo. Oh, oh. Übernehme. 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 Hold up, du bist tot. Du hast dich nicht mehr umgedreht und alles sind down. Okay, außer der da. Ich bin tot, überlebe, überlebe. Alter, der wird ans Ort gesloot. Ich kann... ich kann Geister einfrieren. Könnt ihr das? Äh, äh. Denkt wohl nicht. Äh, äh. Brrrrrrrrrrrrrrrr. das der dritte der dritte der dritte der dritte der dritte der dritte die hopf generell reichen Aua Ja Easy Ich hab noch getroffen Ja Ich hab Leute getötet Easy 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 I I Was ist mir gerade auf? Im editing habe ich eine violette Schrift wenn ich rede und sterbe also für den Counter und du gelb also haben wir es fast andersherum einfach ich bin hier jetzt gerade gelb und du bist halt rosa statt violett kann ich vielleicht hehehe Mom Spaghetti 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 Spaggut Spaghetti Spaghetti Somebody touch on the Spaghetti Spaghetti um das Schiff der welches Schiff hehehe das Schiff brennt die gehen die gehen dann rauf rote Samo Wollen wir ja zunächst nur rüber schleichen los damit mir zunächst den schleichen ok geht nicht aah äh äh meiner äh äh ich hab's den blöden Geistern weggepackt Aua jemand hat mich von hinten getroffen und das nicht im guten Sinne den hab ich irgendwo ich hab jetzt irgendwo ein Turm hingeschossen so ins Eck vom Raum hey ah okay ich geh einfach raus äh äh Schiff ja nein nein oh ja das ist das Sniper nice ich kann dann langsam Nein JA BODYBLOCK ich hab ein Schiff ich hab ein Schiff ich hab ein Schiff easy easy oh nein HALU BEAR I AM A GUMMI BEAR YES I AM A GUMMI BEAR I AM A GUMMI BEAR I AM A GUMMI BEAR I AM A BEAR CAUS I AM A GUMMI BEAR MAH SIR I AM A GUMMIH I AM A GUMMI NUMMI BEAR oh yeah PPA MINI DE MINS Evan 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 Evan�가 me economic stress gom me gom b sp spr zum Engel den zum Sag nur, das war NICHT perfekter Dubstep, worum redest du hier? Nein, du warst nicht... Lügst, wenn du das überhaupt bist, dann lügst du. Das vermehrst du Belich? Mir tut jetzt mein Hals weh vom Schreien. Aua. Aber ich muss zugeben, es hat sich ausgezahlt. Knockback an den Stick hier. Was heißt hier über Stick auf Englisch? Also nicht Stick, aber Stick. Okay, well. Darf ich mich nicht greifen lassen, dann bin ich... Macht 40 Schaden. Ich hab ja... Stash? Also zwei Leben, jetzt überlebst du es mit 3 AP. Hurra! Oh, Chef! Ja, hurra! Papo, Mockel, ist wieder da! Scharfschütze! Warte... Geht hier was das? Ich hab's es hin. Ich kugel nach. Ich kugel nach. Was zur Hölle? Das sind Tricks! Was ist mit dem Laser? Das macht nicht mehr Damage und gar nichts. Hat auch nicht mehr Reichweite. Ist aber ein Cheat. Nein, nur weil's durch ein Cheat Code aktiviert wird. Denklein ist nicht nur ein Cheat Code, das ist ein Demo Code, nicht mal ein Cheat Code. Das hat man, wenn man die Demo gespielt hat. Du kriegst es aber auch so. Ich weiß, wenn du'n Cheat Code kennst. Äh, Demo Code kennst.